Was ist eine thrombotische-thrombocytopenische Purpura? Thrombotische-thrombocytopenische Purpura ist eine Störung, die zur Gerinnung in den kleinen Blutgefäßen führt. Diese Gerinnsel können sehr schädlich sein, wenn sie den Blutfluss zu lebenswächtigen Organen blockieren. Menschen, die an dieser Störung leiden, fehlt eine ausreichende Menge eines lebenswächtigen Enzyms, das ein wichtiges Blutgerinnungsprotein hemmt. Die Bildung von so vielen Blutgerinnseln kann dazu führen, dass Blutplättchen, die für die Blutgerinnung verantwortlich sind, überlastet werden. Dies kann dazu führen, dass Menschen spontan Bluten oder Quetschungen verursachen. Die meisten Symptome einer thrombotischen-thrombocytopenischen Purpura rühren von einer Einschränkung des Blutflusses her, andere können jedoch auf den Blutplättchenmangel zurückzuführen sein. Einige der schwerwiegenderen Symptome betreffen das Gehirn. Die Patienten fehlen sich möglicherweise verwirrt und sprechen manchmal anders oder halluzinieren. Sie können auch eine schnelle Herzfrequenz, Fieber und Schwäche haben und in Ohnmacht fallen. Neben den oben genannten Blutungen und Blutergüssen kann der Mangel an Blutplättchen kleine Violettflecken verursachen, die ein bisschen wie ein Hautausschlag aussehen. Es gibt zwei verschiedene Arten von thrombotischer-thrombocytopenischer Purpura. Die erste Art ist etwas, mit dem Menschen im Allgemeinen geboren werden, und es wird primäre thrombotische-thrombocytopenische Purpura genannt. Manchmal erkranken Menschen an einer Störung aufgrund einer anderen Krankheit oder eines Traumas. In diesem Fall spricht man von sekundärer thrombotischer-thrombocytopenischer Purpura. Wissenschaftler glauben, dass die primäre Form der thrombotischen-thrombocytopenischen Purpura wahrscheinlich genetisch weitergegeben wird. Sie sind sich nicht sicher, welche Mechanismen bei der Entwicklung der Sekundärform zu den Bedingungen, die zu einer sekundären thrombotisch-thrombocytopenischen Purpura führen können, gehören Schwangerschaft, Knochenmarktransplantationen, Humanimmunodefizien-C-Virus und Krebs. Manche Menschen entwickeln die Erkrankung auch als Folge von Lupus, und es gibt Hinweise auf einen Zusammenhang mit einer Hormonersatztherapie. Ärzte wenden häufig eine Blutersatztherapie zur Behandlung der thrombotischen-thrombocytopenischen Purpura an. Dies funktioniert, weil die Spender die richtigen Arten von Enzymen haben, die notwendig sind, um das Ungleichgewicht im System des Patienten zu korrigieren. In vielen Fällen tritt diese Krankheit auf eine episodische Weise auf, sodass Betroffene diese Behandlung bei jedem Auftreten einer Episode wiederholen müssen. Beide Formen der thrombotisch-thrombocytopenischen Purpura sind sehr gefährlich, wenn sie nicht behandelt werden. In vielen Fällen wissen die Menschen nicht, dass sie es haben, bis sie zu krank sind, um geholfen zu werden. Wenn die Menschen angemessen behandelt werden, hat die primäre Form eine Langzeitüberlebensrate nahe 90%. Die sekundäre Form wird als viel gefährlicher angesehen, und Patienten sterben oft auch bei entsprechender Behandlung. Die Ärzte sind sich nicht sicher, aus welchen Gründen dieser Unterschied besteht.